Der Kinocast Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Hier ist der Erik und ich begrüße den Chris. Machen wir es mal so rum. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo, hallo. Willkommen hier zu unserer lauschigen kleinen Kinosendung über folgende Filme, die wir in der letzten Woche geschaut haben. Gina Wild. Jetzt wird es schmutzig. In der Sneak Preview lief der Film Weekend in Taipei, der irgendwann, wann startet der? Ich habe hier gerade Metacritic, da steht der 1. November, kann das stimmen? So spät? Ne. Finden wir noch raus, bis wir da dran sind. Also Weekend in Taipei, der neue von Luc Besson produzierte Film mit Luke Evans in der Hauptrolle. Dann besprechen wir natürlich auch die Kino Charts von Stuttgart. Die einzig offiziellen haben wir hier. Und die Neustarts der Woche. Mal gucken, was da so cooles dabei ist, was uns vielleicht interessiert. Dann habe ich noch eine Information, denn der liebe Raiko vom Nachtzug nach Hamburg Podcast, der ist für den Kinocast mal zu einer Filmpremiere in Hamburg gegangen. Dann haben wir die Best-of-Cinema-Ankündigung für 2025 jetzt schon bekommen. Da kommt ja jeden Monat ein neuer, alter Film nochmal ins Kino. Mal gucken, was da so cooles dabei ist. So, und dann im Heimkino. Der Schacht 2. Haben wir geschaut, nachdem wir ja während Corona was, glaube ich, den ersten Teil geschaut haben. Oder überhaupt, der hieß ja nur der Schacht. Da wusste ja noch keiner, dass das so ein Riesenerfolg wird. Und dann haben wir hier noch drinstehen, ein ganz mieser Tag. Den gibt es, glaube ich, auch bei Netflix. Und ich habe noch eine Serie geguckt. Da weiß ich aber nicht, ob wir heute dazukommen. Ich sage es trotzdem mal mit. Nobody wants this. Und ja, mal schauen, ob wir dazukommen. Oder vielleicht rede ich auch über eine andere Serie, die ich auch sehr cool fand. Ja, mal schauen. Fangen wir erst mal an. Weekend in Taipei. Der übrigens am 17. Oktober 2024 in die deutschen Kinos kommt. Dann startet er also in den USA später sozusagen. Bei Metacritic ist ja USA. Ah, ja. Okay. Also, Weekend in Taipei habe ich mir angeschaut. Walter Chris, der war immer noch ausgenockt. Und ist der neue Film, wie gesagt, produziert von Luc Besson. Und als dann so dastand, als die ersten Produktionsfirmen reindroppten in der Sneak Preview, da wusste ich schon, okay, es ist der Luc Besson Film, weil es war seine Produktionsfirma. Und habe mich schon gefreut, weil ich wusste, dass so ein seichter Actionfilm, den ich durchaus an diesem Montag hätte gebrauchen können, ist jetzt nicht irgendwie das neue Scorsese-Drei-Stunden-Meisterwerk oder irgendwas oder irgendein, ein was Arthausiges, wo man extrem dabei bleiben muss und auch kein Halle Berry-Drama im Wald. Ja. Und in dem Film geht es darum, also ganz am Anfang, eine der ersten Szene vom Film sehen wir eine junge Frau, gespielt von Lun Mai Kwai, die Joy. Und die geht shoppen in Taipei. Und man sieht, offensichtlich hat sie Geld, denn sie geht so in so einen Ferrari-Laden rein und lässt sich da so einen Ferrari mal zum Test fahren. Und sie möchte dann auch selber fahren. Der Verkäufer will sie eigentlich gar nicht fahren lassen, aber sie fährt dann los wie eine gesenkte Sau, auf gut Deutsch gesagt. Und man sieht schon, sie kann gut fahren. Und sie kauft dann auch das Auto und bringt es mit nach Hause zu ihrem Mann. Und ihr Mann, gespielt von Sung Kang, der ist so ein, ja, so ein Kingpin, so ein Verbrecher-Boss, da, Kuang heißt der. Der hat auch ein großes Unternehmen, Kuang Industries, die hauptsächlich, die auch zum Beispiel Thema Hochseefischerei mit viel Geschäfte machen. Und auch natürlich, ja, Drogenhandel mit, unterm Deckmantel mit und alles mögliche. Ja, und mit dem lebt sie zusammen. Sie hat auch noch ein Kind. Das ist aber nicht das Kind von dem Drogenhändler, sondern sie hat das Kind quasi mitgebracht, erfahren wir dann so. Und der Drogenhändler oder der Firmenboss, der beschützt sie quasi oder hat sich ihre angenommen. Und wir erfahren dann später auch so ein bisschen die Vorgeschichte, was da genau passiert ist. Und parallel dazu gibt es dann die Geschichte in den USA, in Minneapolis. Da ist eben Luke Evans, der ist ein DEA-Agent, der ein bisschen unkonventionelle Methoden hat, würde ich es mal sagen. Und er bekommt dann irgendwann auch den Lied, dass in Taipei da diese Drogen, die sie halt in Minneapolis auffinden oder er ist auch undercover in so einem chinesischen oder asiatischen Restaurant tätig. Und da geht ein bisschen was schief und dann geht dieser Drogenhandel schief und dann wollen sie halt zur Quelle von diesen Drogen, die halt in den USA kommen. Und er will dann halt mal nach Taipei, da sagt sie halt, nee, das darfst du nicht. Aber weil du hier die anderen Drogen ausfindig gemacht hast, hier bekommst du ein paar Tage frei. Er bekommt dann quasi das Wochenende frei. Er darf aber nicht ermitteln und er soll auch auf gar keinen Fall nach Taipei. Aber wie der Titel des Films natürlich sagt, macht er dieses Weekend in Taipei und fliegt dann rüber und räumt da ordentlich auf. Und da ist aber noch ein bisschen mehr dahinter. Das ist jetzt nicht nur so ein simples Action-Ding, sondern da ist auch ein bisschen mehr Geschichte. Die Vorgeschichte von der Frau, die bei dem Drogenhändler lebt, die ist quasi so eine Art Transporter, was ja auch ein Lügbe-Song-Film ist. Also sie hat als Transporter für den Drogenboss lange Jahre gearbeitet und hat sich da quasi in der Organisation nach oben gedient. Und ja, die hat auch noch eine Vorgeschichte. Und ja, ich weiß nicht, ich will mal nicht zu viel verraten. Der startet ja noch in einiger Zeit. Und ich möchte nochmal noch so viel sagen, der, wem jetzt zum Beispiel diese Fast & Furious-Filme gefallen, der kann durchaus auch hier mal reinschauen. Das sind wirklich aberwitzige Autoverfolgungsjagden, irgendwelche Races, ganz wilde Dinger mit coolen Gefährten, mit coolen Autos, mit Fahrzeugen, coolen Fahrzeugen und wirklich ganz, ganz verrückte Dinger dabei. Und das kennt man ja auch von Lügbe-Song, der hat ja auch diese Taxi-Filme, Taxi-Taxi und Taxi 3 und hast du nicht gesehen, da in Frankreich produziert. Riesenerfolg in Frankreich gewesen. Und es waren ja auch sehr aberwitzige Verfolgungsjagden und Rennszenen und sowas ist hier auch drin. Aber halt auch sehr viele Action-Szenen. Also mir hat auch sehr gut die Szene gefallen, die ich schon erwähnt hatte, in diesem asiatischen Restaurant, wo Luke Evans und sein Kompagnon, die beide undercover dort arbeiten, die fliegen beide auf. Das sieht man auch schon so im Trailer, weil da fällt dem Kompagnon von ihm die Polizeimarke runter, die eigentlich erst gezeigt werden sollte, nachdem der Deal abgeschlossen ist. Und wenn sie die alle festnehmen und die fällt ihm halt vorher aus Versehen raus und dann eskaliert die Situation und das ist so eine aberwitzige, cool, choreografierte Kampfszene, die mich durchaus an Jackie Chan-Filme erinnert hat. Also was weiß ich, wenn da mit irgendwelchen Pfannen da irgendwelche Leute irgendwie Backpfeifen kriegen und sonst was und ja, sehr, sehr lustig und auch sehr, teilweise auch brutal. Also das ist jetzt nicht Jackie Chan-like, da waren auch sehr brutale Szenen teilweise dabei, die aber so aberwitzig übertrieben lustig inszeniert waren, dass man eigentlich drüber lachen konnte. Also selbst wenn da jemand so einen Beil in den Kopf kriegt oder so, ist das halt irgendwie sehr lustig gewesen in der Szene. Auch wenn es jetzt vielleicht vom Erzählen ja nicht so lustig klingt. Aber ich muss sagen, in der Sneak Preview, da ist ja immer so eine, man weiß ja nicht, was einen da erwartet und kann ja alles mögliche kommen und die Stimmung war top. Also im Saal, das merkt man ja auch, wie so die anderen Leute, die anderen Gäste von der Sneak das annehmen, wie sie darauf reagieren, was da so passiert. Am Anfang war es so ein bisschen Verhalten, wo das losging in Taipei, wo die Frau einkaufen geht und so, aber spätestens dann, wo sie mit diesem Ferrari da durch Taipei heizt und der Verkäufer da neben auf dem Beifahrersitz sitzt und völlig in Angst und so. Spätestens dann waren viele Leute abgeholt und drin im Film und auch bei den nächsten Szenen waren die voll dabei. Und mir hat es echt Spaß gemacht. Ich habe ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe, habe ich ja gesagt, ja, ich versuche den mal für dich zu organisieren. Hat leider nicht geklappt. Nicht mal eine Antwort gekriegt, nicht mal ein Nein, dass wir dann einen Screener für dich kriegen. Das ist schon enttäuschend. Das ist ziemlich unverschämt. Das ist ganz schön frech. Also das ist, weil ich hätte wahrscheinlich diesen Film jetzt auch sehr gelobt und so kann ich nur sagen, blöde Firma. Nee, blöde Firma nicht, weil, wie spricht sich das eigentlich aus? Ist das Leonine oder Leonine oder so? Ich nenne es immer Leonine. Klingt irgendwie so, weil es ist ja ein deutscher. Das ist ja, glaube ich, das ehemalige Konstantin-Film, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also Leonine, die sneaken ja sehr oft bei uns zumindest und deswegen, ich gebe diesem Film sieben Punkte und empfehle ihn weiter. Jetzt gucke ich mal in unsere Gruppe. Oh, da haben sogar vier Personen zehn Punkte gegeben. Wahrscheinlich absolute Action-Fans. Neun Punkte auch jemanden geben. Acht Punkte viermal. Sieben Punkte ist eigentlich so die hauptsächliche Wertung. Da lege ich mich ja genau mit rein, mit neun Stimmen. Dann geht es aber auch ein bisschen runter. Also es haben auch ein paar Leute sechs Punkte, fünf Punkte, vier Punkte, drei Punkte gegeben, aber jeweils eine Stimme. Ja, so Ausreißer nach unten hatten wir immer. Aber der liegt tatsächlich im vorderen Feld. Und das wundert mich ein bisschen, weil der kommt zumindest bei den Previews hier in der IMDB, hat der momentan ein Ranking von 5,8. Also liegt da durchaus mehr als einen Punkt tiefer. Und ja, müsst ihr euch selber ein Urteil bilden, wenn der dann, wann war es? Ende Oktober dann anläuft. Am 17. Mitte Oktober. Das ist ja bald. Von Leo 9. Ich habe es übrigens gerade kurz überprüfen lassen. Leo 9. Also die 9 wie eine 9. Leo 9. Also das ist ja quasi in elf Tagen. Da werden wir ja nächste, im nächsten Podcast das wahrscheinlich bei den Neustarts mit dabei haben. Können wir nochmal drauf hinweisen. Das ist so ein richtig schöner Actionfilm, Popcorn-Actionfilm mit ein bisschen Story auch, mit übertriebenen Action-Szenen. Und sowas hat man gefühlt lange nicht im Kino so richtig schön, so ein bisschen quatschigen Actionfilm, wo man ein bisschen abschalten kann. Und für Disney war optimal. Also wenn ihr in den Sneak geht und ihr erwischt den Film, eigentlich optimal, finde ich. Also war Witz drin, war Action drin, war alles dabei. Ein bisschen Liebe war dabei auch, ja. Ein bisschen Liebe. Ja. Man sieht viel von Taipei. Ich glaube, das Fremdenverkehrsamt von Taipei hat hier ein bisschen Geld mit drauf geworfen auf den Film oder so. Könnte ich mir denken. Man sieht da echt schöne Ecken. Ein Kollege von mir, der war auf einem Projekt in Taipei. Mit dem habe ich immer ein bisschen Team-Sessions gemacht, wenn ich früh ins Büro gekommen bin, damit er ein bisschen Anschluss hat an die Zentrale. Weil der war da ein bisschen lost da in der Stadt. Genau. Ist halt doch, wenn man da irgendwie alleine ist unter lauter asiatischen Mitbürgern, dann ist es halt schwierig. Da habe ich immer mal ein bisschen mit ihm geskypt, damit er mal ein bisschen Englisch reden konnte. Also, naja, scheint aber eine schöne Stadt zu sein und Weekend Taipei ist ein cooler Film, empfehlenswert von mir. Und ja, dann gucken wir doch gleich mal in die Sneak-Tipps rein, was uns da morgen erwartet. Morgen gibt es auch in der Sneak-Preview in Stuttgart wieder ein Bilderrätsel. Das heißt, da werden so Rätsel dargestellt, die auf Filmtitel hinweisen, wo ihr ein bisschen was gewinnen könnt. Macht da mal mit. So, wie lautet denn der Hinweis? Das war eine sehr schöne Überleitung. Ich versuche gerade die Seite zu öffnen, ich weiß nämlich nicht mehr aus. Dann mache ich mal weiter. Hier gibt es nichts zu lachen, ist der Tipp der Kinoleitung. Smile, 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 smile. Kommende Sneak, ja, das ist Captain Obvious. Ich habe auch erst mal gewartet, bevor ich getippt habe, weil ich hatte schon, während ich gehört habe, wie der Tipp lautet, habe ich schon Smile 2 getippt. Steht auch mit drin. Aber ich habe erst mal gewartet, ob jemand anders das schreiben will. Der Martin schreibt aber The Beast. Scheint auch so ein bisschen was Horrormäßiges zu sein. Und die Selina meint auch, dass Smile 2 ein guter Tipp ist, aber sie tippt noch zusätzlich Spirit in the Blood. Ja, in der Sinne, Basti tippt auch Smile 2. Wäre sehr naheliegend, finde ich. Also dadurch, dass in letzter Zeit die Tipps der Kinoleitung immer sehr abstrakt waren und wenig darauf hin, deswegen glaube ich fast nicht, dass es Smile 2 wiederum ist, weil das wäre zu naheliegend. Aber naja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Einfach mal reingehen. Sneak Preview fängt 20.30 Uhr an, gibt es ein bisschen was zu gewinnen und dann fängt der Film an. Jawohl. Wir gucken mal, was noch so anläuft und wie es in den Charts aussieht. Kino Charts und Neustarts. Charts. Auf Platz 5 in Stuttgart ist The Substance. Auf Platz Nummer 4 nur noch ein einziges Mal. Platz 3 ist immer noch die Fotografin. Dann Platz Nummer 2, Kano oder Kreno. Platz 1 ist die Schule der magischen Tiere 3. Und ich wage zu prophezeien, dass sich das nächste Woche ändern wird. Denn da wird Platz 1 wahrscheinlich der wilde Roboter sein, den ich ja auch jetzt gestern nochmal geschaut habe mit meinem Sohn diesmal. Den hatten wir ja schon in der Sneak besprochen und ich fand ihn wieder großartig. Also geht da rein, der wilde Roboter. Ganz, ganz toller Film. Und ich, ja wir waren in einer Nachmittagsvorstellung und es war ziemlich voll. Also schon Nachmittag, ich weiß nicht wie es dann abends noch ist und ja, toller Film. Oh, und was läuft denn schönes an? Die Kino Charts. Es läuft an, der Buchspazierer. Deutsche Romanverfilmung mit Christoph Maria Herbst. Rund um die wunderbare Kraft der Bücher. Trailer gesehen, das sah ganz nett aus. Also wirklich nett. Also könnte ein cooler, cooler Film sein. Ja, ich habe gestern beim wilden Roboter zwei Trailer gesehen, die stehen beide hier bei den Neustarts mit drin. Nämlich einmal Transformers 1 und da fand ich in dem Trailer, der uns gezeigt wurde, die Synchro grottig schlecht. Also das war ja, das lag ja teilweise völlig daneben. Stimmenmäßig klang das so wie abgelesen. Aber gut, manchmal sind die Trailer-Synchros, manchmal ist der Trailer ja vor dem Film fertig und man, ja, rotzt dann mal schnell den Trailer raus und braucht dann schnell eine internationale Synchro. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist der Film besser. Ja, und wenn ich gleich den zweiten noch machen darf, alles für die Cuts. Da kam auch der Trailer, da geht es um die Katze Beckett. Das sah Carter Beckett und das so, der hat seine neuen Leben verwirkt und darf jetzt aber trotzdem nochmal zurück auf die Erde und kann aber nicht als Katze wiederkommen, sondern hat seine neuen Leben, die er nochmal zusätzlich bekommt, seine Extraleben, in Form von anderen Tieren. Also er ist dann einmal eine Maus, er ist einmal ein Pferd und so. Der Trailer sah ganz witzig aus. Ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht der große Wurf, aber sah ganz witzig aus. Immerhin. Dann, was lohnt sich denn wahrscheinlich noch? Thelma, Rache war nicht süß, ein Abenteuerfilm. Eine Action-Komödie über eine 93-Jährige, die Opfer des Enkeltricks wird und sich auf eine wilde Verfolgung sagt, nach ihren Ersparnissen macht. Oh, das klingt ja fast wie Beekeeper, ja. The Beast noch mit Lea Seydoux und George McKay, Sci-Fi-Thriller und das war es dann glaube ich auch schon. Ja, das war es dann auch, ja. Ja, das waren die Neustarts. Ist jetzt nicht so der Riesenwurf wahrscheinlich dabei für die Woche, aber ja gut, mal gucken, was dann noch so alles kommt. Ähm, apropos, ja, so allgemeine News und was dann noch so kommt. Und die Best-of-Cinema-Ankündigung für 2025 ist raus. Es laufen ja dann jeden Monat immer mal so Filmklassiker, würde ich es fast nennen, im Kino nochmal. Und ich schaue gerade durch. Eins, zwei, drei. Okay, drei von den sechs habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Also, der Januar-Film ist sieben von David Fincher, absolut empfehlenswert. Der Februar-Film ist Cliffhanger mit Sylvester Stallone. Ähm, der März-Film ist Fargo, also der richtige Film von den Kohlenbrüdern, nicht die Serie. Dann die Purponen-Flüsse, sehr cooler französischer Thriller. Ähm, auch, ja, würde ich fast sagen, hat wieder ein bisschen an Aktualität gewonnen. Red Heat mit Arnie Arnold Schwarzenegger und Dan Aykroyd und Lola Rennt. Ja, der deutsche Film mit, ja, ich brauche so und so viel. Wie viele waren das? 100.000, ne? Das war doch nicht so viel damals. Was schätzt du, welche drei Filme habe ich im Kino gesehen? Das ist natürlich schwierig, aber... Ähm, naja, ich meine... Aber rein von der Zeit her kannst du es dir... Also, Red Heat fällt raus, war 80er. Red Heat echt? Also, ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt Lola Rennt. Nee. Ah, guck, leider ist es schon falsch. Na gut, aber dann habe ich jetzt noch vier aus drei. Äh, drei aus vier. Das heißt, den Cliffhanger hast du auf jeden Fall gesehen. Den habe ich gesehen. Da war ich damals in der Premiere, in der Vorpremiere in Ulm war ich. Da war ich bei der Bundeswehr. Ja, ja. Und die Purponen-Flüsse muss man gesehen haben, glaube ich. Ja, habe ich nicht im Kino gesehen. Ach, Gott. Also, sieben habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen, sogar mehrmals. Was ist bei dir los, ey? Und Fargo habe ich im Kino gesehen. Ja, genau. Ah, enttäuschend, Erik, enttäuschend. Jawohl. Ach, enttäuschend, das war eine super Überleitung eigentlich für... Nee, 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 warte mal. ...der nächsten Film. Wäre eigentlich. Ja, genau. Wir haben noch ganz liebe Grüße in den Norden der Bundesrepublik nach Hamburg. Es gibt einen sehr tollen Podcast. Ich würde mal fast sagen, einer der ältesten Podcasts in Deutschland, der Nachtzug nach Hamburg. Der ist schon bei Folge 2100 irgendwas mittlerweile. Und den Raiko kenne ich sehr gut, jetzt schon seit einigen Jahren, weil damals, als die Podcaster-Szene noch sehr klein war, da haben wir uns irgendwann mal kennengelernt. Und da war der auch schon bei Folge 1000 oder so, keine Ahnung. Oder, nee, die tausendste Episode, die habe ich noch. Ja, genau. Nee, es muss vorher gewesen sein, vor seiner tausendste Episode. Ja, und wir kriegen ja immer Einladungen für Filmpremieren. Und die Filmpremieren sind entweder nur in München, Frankfurt, oder wenn überhaupt Frankfurt, nee, München, Berlin und Hamburg und vielleicht irgendwo im Ruhrgebiet. Oder, wenn es mal in Stuttgart ist, dann ist es irgendwie mittwochs während der Arbeitszeit früh um 10 oder so. Ja, und da kann ich ja immer nicht hin. Und deswegen, weil wir ja immer gern mal so Berichte hören von diesen Filmpremieren und so weiter, leite ich das dann immer ganz gern mal weiter, die Einladung. Und ich hatte mal eine Einladung bekommen nach Hamburg zu der Filmpremiere von Quiet Life. Und Quiet Life ist ein bisschen, ja, ein schwieriger Film. Ist eine, ich glaube, ein estländischer, estländisch-finnisch-französische Co-Produktion, Schweden, das glaube ich auch immer noch mit dabei. Und da geht es halt um eine Familie, die aus Russland fliehen muss, weil sie dort politisch verfolgt wird und sie beantragen in Schweden Asyl. Und weil aber dieser Grund für das Asyl schlecht nachweisbar ist, also er hat systemkritische Aussagen getroffen und musste deswegen fliehen aus Russland, sonst wäre er halt verhaftet worden mit seiner Familie. Und es ist halt ganz schwierig, damit in Schweden Asyl zu beantragen, weil das nicht so richtig dokumentiert ist, seine systemkritischen Aussagen und was dadurch passieren könnte. Und parallel ist noch irgendwas mit einer Krankheit von irgendeinem der Kinder oder sowas. Das hat aber auch der Reiko nicht so ganz so ausgeführt in seinem Podcast. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mit verlinken. Seine Folge 2140 ist das, wo er im zweiten Teil seiner Sendung, die nicht lang geht, also die kann man gut wegsnacken, die geht immer so sieben Minuten, zehn Minuten, da könnt ihr ruhig mal reinhören. Da berichtet er von der Filmpremiere, die für ihn auch was Besonderes war, weil er war noch nie auf so einer Filmpremiere. Und jetzt gucken wir mal ins Heimkino, wo wir ein paar richtige Kracher zur Verfügung haben für euch. Heimkino. Der Schacht 2. Vielleicht fasst du mal kurz zusammen, wo es in der Schacht 1 oder der Schacht ging. Ich muss mich kurz zurück erinnern, das war die Wachen irgendwie auf in so einem Gebäude, wo von oben Essen herabkam, immer in so Mitte, so ein Loch und verschiedene Stockwerke, so ein quadratisches Beton-Gefängnis, mehr oder weniger, mit einem Klo noch drin und ja, war, war interessant damals zu sehen, war ganz cool, das weiß ich noch, war aber auch nicht der Überbringer. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Zumindest ist er nicht so wirklich im Gedächtnis hängen geblieben. Ich fand es ganz okay, ich meine, das war ja während Corona, wo wir halt nichts hatten. Wir hatten ja nichts. Genau, jetzt siehst du mal, wie es uns in der DDR ging, wir hatten ja nichts. Genau, und haben das halt, es war halt, wenn ich es nochmal übernehmen darf, es war halt so eine schöne Parallele auf Cube, auf die Filme, die ja auch low-budget entstanden sind. Wer war das damals? Vincenzo Natali, glaube ich, hat das gedreht. Und das war ja auch dieses, ja, wie kommen wir jetzt hierher? Was machen wir hier? Was geht da? Und es wurde ja dann immer diese Etagen, also der Aufzug, der da durchgefahren ist durch den Schacht mit dem Essen, der fing halt oben an. Das heißt, die hatten das meiste Essen und nach unten zu wurde es halt dann immer weniger, weil die Leute halt sich immer was genommen haben. Und dadurch, dass natürlich, ja, die, die oben genügend hatten, die haben halt auch Völlerei betrieben, anstatt den Leuten was zu lassen. Und ganz unten gab es dann Kannibalismus und alles Mögliche. Und es wurde halt irgendwie in einem gewissen Zyklus, wurde halt neu gemischt. Dann sind die halt auf anderen Etagen aufgewacht, die Personen. So kann es halt sein, dass jemand mal ganz oben war und viel Essen hatte und dann plötzlich ganz unten gelandet ist. Und man wusste halt gar nicht, warum, was ist das hier? Was ist ein Experiment oder was ist das? Und war halt echt cool gemacht und gut umgesetzt. War ein Riesenerfolg für Netflix. Deswegen haben sie jetzt den Teil 2 nachgeschoben. Ja. Den wir uns begierig reingezogen haben. Ja, sehr begierig, wo wir halt gedacht haben, ja, vielleicht ist es eine coole Fortsetzung. Und was soll ich sagen? Nee, war es leider nicht. Es wacht wieder wieder jemand auf und es kommt wieder jemand in diesem Gefängnis auf. Ein etwas befüllter Mann mit Glatze und der wacht zusammen oder ist zusammen mit einer anderen, eher skurrilen Dame auf einer Etage gefangen und dann geht es los mit Ja, wo ist meine Pizza? Und dann so, ja, der kommt von oben so, ja, die haben die im Stock 21 haben die gegessen und die sind halt in 24 und ja, und oh, wir müssen aufpassen. Ja, aber du darfst auch nichts anderes nehmen. Ja, du darfst nur das eigene nehmen und bloß nicht und leg das Chicken Wing wieder hin und was weiß ich was und ah, und furchtbar und schlimm und erklären die dann den Regeln und der ist einfach nur so, äh, leck mich doch am Arsch und was weiß ich was. Ähm, beugt sich dem dann aber mehr oder weniger und wie es dem auch ist, dieses ganze Futter-Neid-System eskaliert natürlich wieder inklusive, dass das Leute wieder verbrannt werden, wie man es schon im ersten Teil kannte, weil es zu warm wird oder ganz erkalt wird alles und äh, weil kein Essen. Ja, wenn sie noch Essen auf ihrer Etage behalten, dann wird es weggeflamed. Genau, entweder weggeflamed oder halt, es wird tiefgefroren, schockgefroren sozusagen und ja, es ist, äh, erstaunlicherweise geht es allerdings gar nicht um diesen Charakter, sondern es geht um die Frau, mit der er da drin ist, mehr oder weniger, weil die bis zum Ende durchhalten darf und es entwickelt sich halt dann dieser Überlebenskampf in diesem Gefängnis, wo man dann doch versucht, irgendwie eine Ordnung herzustellen ähm, ja. Ja, vor allem auch mit diesem dubiosen, äh, was war das, dieser, dieser komische Anführer da, dieser, äh, Typ mit der, äh, verbundenen Augen, der da irgendwie alles im Griff hat und der irgendwie, also da hat sich offensichtlich so eine Art Sekte innerhalb des Schachts irgendwie gebildet, die so ein Kult-Lieder haben da drin, also, äh, was war denn das für eine zusammenhanglose Scheiße da, ja, also, und vor allem, das, was ja Teil 1 richtig gemacht hat, auch dieser Ansatz von Cube, dass man eben denselben Wissensstand hat, wie die Leute, die da drin sind, wird hier einfach mal sofort von Anfang an korrumpiert, weil du siehst, wie sich Leute dafür bewerben, in den Schach zu gehen. Ja. Also, wie blöd kann man sein, diese coole Prämisse einfach mal, ja, wegzulassen. Ja, ja, wir zeigen jetzt einfach mal, die bewerben sich da drum, die wissen, worauf sie sich einlassen, sind dann da drin, warum auch immer, ja, sie wollen mal eine Auszeit nehmen, ja klar, deswegen gehe ich in so einen, so einen suizidalen, äh, Wettbewerb rein, ja, also, hä? Also, das war ja von Anfang bis Ende ein Blödsinn, sondersgleichen, also, also, ja, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz, Bastian Bielendorfer auf Twitter zitieren, wir sind ja nicht oft einer Meinung mit ihm. Nee, vor allem nicht bei Civil War und die Einladung in unsere Sendung steht immer noch aus. Aber, ja, genau, und der hat gepostet, der Schacht war vor vier Jahren wirklich ein spannender, sehr metaphorischer Thriller, die Fortsetzung der Schacht 2 ist eine Katastrophe, eine langweilig, selbstgerechte Pampe ohne Identität, Spannung und Story. Wer hat das geschrieben? Ein Schimpanse auf LSD? Wahrscheinlich AI. Haben sie wahrscheinlich AI? Wirkt es wahrscheinlich. Guck mal, worum es in Schacht 1 ging und schreib mal eine Fortsetzung davon oder so. Ja, also, trifft es eigentlich ganz gut. Ich fand ihn super langweilig, super bescheuert teilweise. Dieses ganze konstruierte Story da drin war einfach nur Panne. es war nichts mehr Neues, es war, wie du es auch schon gesagt hast, man hat ja dem Ganzen die Spannung schon genommen und auch die ganze Erklärung dann inzwischen durch immer wieder diese Interviews und dieses Zeug, also, nee, das war ein kompletter Griff ins Klo. Hm. Ich gucke jetzt gerade mal. Ach nee, schade. Ich habe jetzt gerade mal Co-Pilot gefragt, schreibe eine Fortsetzung zum Film der Schacht. hat mir aber Co-Pilot geantwortet. Es gibt schon eine Fortsetzung, ich brauche nicht. Ich brauche nicht zu schreiben. Ja, genau. Schade. Wahrscheinlich muss ich es anders schreiben oder wahrscheinlich müsste ich einfach schreiben, was da passiert ist im ersten Teil und ich soll eine Fortsetzung schreiben. Gut, geht jetzt hier so auf die Schnelle nicht, aber können wir gerne mal nacharbeiten. Hm. Ja, also, absolute Enttäuschung dieser Film. Aber, ich muss dazu sagen, ich habe hier die weltweiten Netflix-Charts und da ist The Platform 2, wie es so schön heißt, Platz 1, natürlich. Ja, weltweit. Also wirklich mit weiten Abstand. Auf dem zweiten Platz ist der Film, den du auch gleich vorstellst, den ich noch nicht gesehen habe. Und, ähm, ja, krass. Oh, ich sehe gerade meine Serie ist auch auf Platz 1, die ich vorstellen wollte. Mal gucken. Also, der Schacht 2, nicht so richtig empfehlenswert. Ich gebe mal anderthalb Punkte. Ja, so viel. Ich gebe ihm einen und das ist das Maximum, was er, äh, ja, das Maximum, was man erreichen kann. Ja, vor allem, da stellen die sich dann alle auf die Plattform und fahren dann da rum. Also, ich weiß, das ist ein Quatsch, Wir fallen mal zu sehen ein. Das war noch nicht erlaubt, aber ja. Aber, ähm, ihr da draußen, ich muss mal hier noch was, was Internes erwähnen, ja, ich hatte gesagt, ähm, weil der Christian nicht im Kino war, ob er jetzt vielleicht noch einen anderen Film gucken möchte, den man hier mit vorstellte in der Sendung und so, hab das mit vorgeschlagen. Ich wusste ja nur, der kommt, Schacht 2, ich wusste ja noch keine Wertung, weil der ist ja weltweit, äh, am gleichen Tag erschienen, da war ja noch nicht bekannt, um was es geht und wir fanden ja Teil 1 ganz okay und haben den damals besprochen. Und ich hab ihn dann relativ schnell geschaut gehabt auch, weil ich mich so ein bisschen leicht drauf gefreut hab. Ich dachte, vielleicht machen sie was Cooles. Ähm, dann hab dann aber in Chris geschrieben, ey, nee, lass das sein, der ist nicht gut. Musste nicht gucken. Nee, er guckt natürlich, er fängt sich diese Kugel noch ein. Ähm, absoluten Respekt dafür, dass er es geschaut hat. Ja. Und auch noch den anderen Film. Und auch noch den anderen Film, und zwar ein ganz mieser Tag. Ein ganz mieser Tag ist ein, ähm, äh, im Original heißt er glaube ich Trouble, der ist aus, ah, lass mich jetzt nicht lügen, er muss irgendwo aus Schweden, Schweden, Schweden haben wir auf jeden Fall irgendwo aus Skandinavien da oben die Ecke sein. Und, wir lernen dort Conny kennen, Conny lebt. Conny Dax. Jetzt sind wir wieder bei dir, Basti. ich habe ihn noch nie gehört. Äh, Conny arbeitet in einem Elektro-Fachgeschäft, ähm, und lebt in, in Scheidung. Seine Frau hat schon einen neuen, und seine Tochter hat bald Geburtstag, und, ähm, er lebt halt, oder er arbeitet halt, und dann eröffnet ihm seine Tochter so, als er sich fragt, hey, was möchtest du zu diesem Geburtstag? Ja, ich möchte ein Pferd. Äh, ja, okay, so ein bisschen teuer, und der Unterhalt und alles, und ein Steckenpferd. Hobbyhorsing, ist glaube ich so interessant. Ja, ja, genau, Hobbyhorsing. Und, was eben, Conny nicht weiß, ist, dass, äh, ein, ein, ein ziemliches, ja, ein ziemlicher Komplott im Hintergrund schon lief, das sieht man ganz zu Beginn schon, wie in einer Parkgarage jemand, äh, umgebracht wird, mit irgendwelchen Drogen, und irgendwelchen Geld, weil irgendein Deal nicht geklappt hat, und was weiß ich was. Und Conny wird dann zu einem Außeneinsatz geschickt, äh, zu einer Fernsehinstallation mit, also Installation und, ähm, Konfiguration und alles. Äh, ist dann dort vor Ort, arbeitet in Ruhe, setzt seine Kopfhörer auf, hört laut Musik, kriegt nichts mit. Die, Hausbesitzerin sagt dann, ja, sie muss nochmal eine halbe Stunde weg, und was weiß ich was. Äh, er möge sich doch, er möge hier dann nichts klauen, und halt das Zeug machen, das interessiert mich eh alles nicht, macht er seinen Job, und währenddessen kommt der Ehemann nach Hause, der redet, ähm, munter mit der leeren Wohnung, wie er denkt, oder halt mit seiner Frau, die eigentlich in der Wohnung sein sollte, aber es ist ja nur Conny da, und Conny hat Kopfhörer auf, und hört gar nichts, und, äh, der erzählt ihr so, Gott, du musst sehen, wie und was, weil, ihr Ehemann ist der Mann, der den ganzen Deal, das ganze Zeug, gefilmt hat, was da in der Parkgarage passiert ist, das heißt, er ist ein Zeuge. Dummerweise sind die, äh, Bad Guys ihm gefolgt, und, ermorden ihn, zu Hause, während Conny da ist, und Conny kriegt das dann, dann doch irgendwie mit, und, dann braten sie Conny eins über, und, äh, hinterlassen ihn zusammen mit der Leiche, der wird natürlich dann gefunden, mit dem Schraubenschlüssel, oder mit dem Schraubenzieher in der Hand, ähm, und, dann so, ja, hier, du hast den umgebracht, und der hat eigentlich gar nichts damit zu tun, und, äh, trotz allem wird er natürlich als Mörder verknackt, was auch so ein bisschen Banane ist, also, Beweisführung und was weiß ich was, und Fingerabdrücke und so, kann man ja nicht nehmen, braucht man ja nicht nehmen, und auch, dass die Tatwaffe vielleicht eine andere war, ist ja, in dem Fall wohl, völlig egal, also, ähm, er wird also jedenfalls verknackt, kommt dann ins Gefängnis, und, äh, arbeitet dann in der Wäscherei, und dort gibt es tatsächlich die Möglichkeit, durch einen Tunnel nach draußen zu gelangen, ähm, den andere Gangster schon gemacht haben, die allerdings lustigerweise bei diesem Fall mit drin gesteckt sind, ähm, was sie allerdings untereinander alle gar nicht voneinander wissen, und es geht dann los mit der Suche nach dem Handy von dem, von dem Mann, der ermordet wurde, weil da sind ja die, ist das Video drauf, und hast du nicht und weißt noch nicht, und so beginnt so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, die denken dann, ja, er ist Pilot, also er kann uns dann auch fliegen zu unserem Fluchtort, und was weiß ich was, und er so, ja, klar mache ich das, weil den eigentlichen Piloten, den haben sie, äh, ziemlich hops genommen, weil er unerlaubterweise den Tunnel benutzt hat, äh, ja, und es ist dann eben, eine Verstrickung mit der Polizei, dann ist noch die Assistentin Diana, die Polizeiassistentin dabei, die da so ein bisschen hartnäckig bleibt, der hat da bei dem, in einem Elektronikfachgeschäft schon geholfen, und dann treffen sie sich quasi auf der Wache wieder, er so als Hauptverdächtiger in einem Mordfall, und sie glaubt allerdings an seine Unschuld, und, ja, und, ähm, er, er möchte halt auf jeden Fall, Conny möchte auf jeden Fall seine Unschuld beweisen, äh, sein Anwalt sagt, da kann ich nichts für dich machen, und, oh, ist halt doof gelaufen, aber, vielleicht steckt ja der Anwalt auch mit drin, und wer da noch alles mit drin steckt, und wie und was, es beginnt halt so ein Katz-und-Maus-Spiel, äh, relativ schnell, der Punkt, äh, der, der Film kommt relativ schnell auf den Punkt, der nimmt sich nicht viel Anlaufzeit, der, der macht, ähm, einiges richtig, ist auch einfach, manches ist einfach komplett Banane, weil es ist so, ja, so ein Mix aus eben, Thriller, Komödie, Krimi, äh, der da von Jon Holmberg, äh, als doch schwedischer Jon Holmberg, auf die, äh, auf die Netflix-Wand gezaubert wird, also, es ist, ja, es ist so ein, ein, ein Netflix-Original, wo ich jetzt sage, könnte auch im Abendprogramm beim ZDF laufen, äh, also doch nicht so irgendwie Gewalt oder so, doch, tatsächlich, das ist es ja, ja, also das ist es ja, also Gewalt tatsächlich, gibt so ein paar Szenen, wo du auch so denkst, the fuck, das können sie jetzt, also, was für mich aber auch nicht wirklich zu dem Film gepasst hat, und das ist so, ach, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, sagen wir es mal so, es ist, manchmal ein bisschen übertrieben, es fehlt dann immer wieder ein bisschen, was, wo du denkst, ja, für einen richtig guten Film, müsste es vielleicht so und so weitergehen, manches ist für mich komplett unlogisch, was in diesem Film passiert, da bin ich mal gespannt, wenn der Erik ihn noch anschaut, was der Erik darüber sagt, ob der auch sagt so, ja, okay, die eine oder andere Szene ist einfach nur völlig Banane, oder ist auch, ähm, überhaupt nicht, äh, nachzuvollziehen, witzig wird es halt, wenn, äh, äh, Diana und Conny zusammen mit einem Fernseher durch die Landschaft rennen, weil, dass das Beweismittel ist, das ist auch ein bisschen, bisschen an den Haaren herbeigezogen, manches, und, ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht kompletter Scheiß, aber es ist halt auch nicht der komplette Überbringer, deswegen, ich gebe ihm mal 5 von 10, weil es, weil es ein nettes Filmchen teilweise ist, mit, mit einigen schönen Comedy-Elementen, aber es ist, ja, jetzt nichts, wo man sagen muss, oh mein Gott, richtig Hammer Film, unbedingt schauen, oh, was für eine kleine Perle da, im, im Netflix-Universum, sondern es ist okay. Ja, da liegst ja, also bei Netflix ist die Durchschnittswert, äh, bei IMDb ist die Durchschnittswertung aktuell 6,1, bei Moviepilot 5,9, ja, da bist du ja dann voll dabei, ich glaube, ich gucke da auch mal rein, gucken, das sah ganz nett aus irgendwie, was ich bis jetzt gesehen habe, hm, okay, dann auf in den Bereich von Serien, das aber nur ganz kurz. Serien. Denn, ich habe zwei Serien geschaut, die wir bei Fortsetzung folgt, in dem Podcast, dürft ihr gerne abonnieren, noch in der Allertiefe besprechen wollen, aber, zumindest zwei, wir besprechen ja immer drei, die zwei, die ich gesehen habe, sind sehr empfehlenswert, deswegen möchte ich sie mal hier erwähnen. Die erste ist, Nobody Wants This, das ist diese Serie, was ich eben erwähnt hatte, die bei den Serien auf Platz 1 ist, weltweit, Netflix. Warum? Wahrscheinlich, weil die weibliche Hauptrolle von Kristen Bell gespielt wird, die man ja kennt als Veronica Mars, ist zum Beispiel Adam Brody mit dabei. Und Adam Brody spielt jemand, der ist in einer Beziehung und seine Frau überrumpelt ihn so ein bisschen, dass sie heiraten will und das ist gar nicht so richtig für ihn, er trennt sich dann von ihr. Und die Kristen Bell spielt eine junge Frau, die zusammen mit ihrer Schwester einen Sexpodcast hat und irgendwie überschneidet sich das dann so und der andere, der Adam Brody, ist ein Rabbiner eigentlich, also ein, wie nennt sich das, ein Priester der jüdischen Religion, wenn ich es glaube ich richtig und die beiden treffen sich dann halt und das ist echt, also die erste Folge fand ich noch okay und ab der zweiten findet die so ein bisschen ihre Stimmung und dann war es richtig großartig und sehr witzig, sehr lustig, sehr romantisch und ja, dann die zweite Serie, auf die ich hinweisen möchte, lautet Hacks und Hacks, die gibt es schon eine Weile, gab es mal bei RTL Plus, hatte die glaube ich in Deutschland Premiere, hier geht es um eine junge Frau, gespielt von Ava Daniels, die wird angeheuert für Deborah Vance, die eine Stand-Up-Comedian ist in Las Vegas, die schon seit, was weiß ich, seit vielen, vielen Jahren da immer wieder auftritt und sie wird angeheuert, da Gag-Schreiberin zu werden und die beiden kommen erst mal überhaupt nicht zur Rande miteinander und haben so, weil sie, die Gag-Schreiberin ist ganz jung und alles und die andere, die macht das halt seit sehr vielen Jahren und es läuft aber auch nicht mehr so richtig gut und die soll ein bisschen fresher werden und so. Unbedingt auf Englisch gucken, weil im Deutschen ist ganz, ganz viel Lost in Translation, die ganzen Jokes, die ganzen Wortspiele und wenn man es auf Englisch schaut, Netflix geht es ja super, gibt es auch auf Netflix, ja, dann, ich habe da so gelacht bei der Hex, echt gucken und ich habe ja auch immer die Serie Neustarts und da habe ich was rausgepickt, was durchaus für den einen oder für die andere interessant sein könnte, nämlich ab 18. Oktober läuft auf Amazon Prime die Serie The Office, allerdings, jetzt kommt der Twist, die australische Version davon und dadurch, dass man, es gibt ja diverse Versionen, es fing ja alles an mit der UK-Version, mit Ricky Gervais, die US-Version absolut großartig, eine meiner Lieblingsserien, die ja immer noch Mem-Potenzial hat und jetzt die australische Version, da haben sie echt viel reingehauen, also es soll, was ich gehört habe, es soll echt gut werden, aber zumindest haben sie ja auch ein gutes Vorbild mit der US-Version, die ja richtig gut funktioniert hat, ich bin echt gespannt, was sie draus machen und ich werde es auf jeden Fall schauen ab 18. Oktober auf Prime Video. Empfehlung, The Office vielleicht oder auch nicht, muss ich halt mal schauen. Okay, dann sind wir soweit durch für heute. Ah, halt, nein, wir sind nicht durch, wir haben einen Kommentar bekommen, stimmt, den habe ich hier gar nicht eingetragen, denn der Cinebasti, der hat gestern noch was geschrieben und zwar hat er zur letzten Sendung empfohlen, wir sollen in der Arte Mediathek eine interessante Dokumentation gucken, die heißt KI, Maschinenträume im Film. Es geht darum, ich zitiere jetzt seinen Kommentar, inwieweit aktuell und in der nahen Zukunft künstliche Intelligenz die Filmwelt schon beeinflusst beziehungsweise prägen wird, dieses in seinen Augen einerseits faszinierend und andererseits aber auch zeitgleich hochgradig beängstigend. Vielleicht setzt ihr die Doku auf eure Watchlist, mich würde eure Einschätzung vom Kinocast-Team dazu brennend interessieren, hier der Link noch. Also der Link ist in dem Kommentar, ich werde es auch hier in den Shownotes zur aktuellen Folge mit verlinken. Ich habe es noch nicht geschafft, da reinzuschauen, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, das klingt gut. Und jetzt, Musik-Tipps oder einen, besser gesagt. Nachdem ich mich ein bisschen beschwert hatte, dass bei The Penguin, bei der Serie, kein gescheiter Soundtrack drin war, wie bei dem The Batman, bei dem Film, ist jetzt tatsächlich in der neuen Folge, die wieder großartig ist. Verdammt, wie gut machen die das? Also The Penguin, wahnsinn, richtig gut. Und dadurch, dass sie so viel Zeit lassen zwischen den einzelnen Folgen, dürstet man immer mehr auf die neue Folge. Also die neue Folge, gibt es tatsächlich einen Song drin von Floor Cry, Happy Together. Das ist natürlich ein Remake von dem alten Happy Together, von dem fröhlichen Song, der aber hier so eine traurige Note hat und den fand ich richtig passend. Deswegen packe ich den auf unsere Playlist, die da heißt Kinocast Songs auf Spotify, dürft ihr gerne abonnieren. Kommt vorbei bei kinocast.net, da seht ihr die ganzen Shownotes und lasst auch gerne einen Kommentar da und wenn ihr das auf irgendeiner Plattform hört, wo auch immer ihr den Podcast findet, lasst uns bitte fünf Sterne da und eine gute Bewertung, da würden wir uns freuen. Und ansonsten, Chris, sind wir durch für heute, Haben wir es, ja. Vielen Dank fürs Mitmachen, bis morgen in der Sneak eventuell und bis zur nächsten Sendung dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.